Boogie, oh wow! Boogie! Du musst dich wieder zur Schule gehen. Oh man jetzt kommt schon, okay? Und so, geh einfach zur Schule okay? Wir sehen uns am Mittag. Es wird das letzte Tag Schule und dann hast du Wochenende... und alles Schon wieder schule Mist Halt die klappe leute Also klasse ich bin jetzt heute krank ich bin jetzt wirklich krank heute Da kommt der andere lehrer und zu euch zu Oh, yeah ich hasse diese lehrer Okay, der kommt jetzt gleich also wir sehen uns vielleicht die nächste woche Hallo klasse Eure lehrer ist krank heute und darum bin ich hier zu euch zu Learning the school Lernen Schule Ja wer auch immer Oh shit Und lass mich mal sehen wer wirklich Ich meine Was Ich meine Lass mich mal sehen wer da ist Also hier ist Dies Wer heißt du Ich heiße cupcake Und du Micky Und du Monster AG Und du Puppet Und du Was Buki Oh mein Gott ich hab dich schon lange nicht mehr gesehen Du bist in diesem Schule Ja Ja Und ich hab noch nie gedacht dass du Bi Dass du Hier bist Ja ich weiß Hallo Buki ich kenne dich Was Wieso kennt er dich Weil Er ist mein Onkel Onkel Oh ja klasse Das bin ich Ich bin seine Und das ist meine Äh Wie auf immer Hey Halt die Klappe Ist echt nervig Oder Ja ist er auch Wie auf immer He 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 Also Leute Wir machen Eine Mathematik Und das ist es Lass mich mal sehen So Hier ist eine Test Für Mathematik Was Komm schon Mann Ich hase Mathematik Bitte Muu Buu Mathematik ist Schlechtste Auf der Welt Okay Du gehst Detention Oh scheisse Komm schon Wir gehen Detention Nein Ich hase Dieser Junge Hey Was haben sie gesagt Äh Wovon Sprachst du Überhaupt Nichts Dann sag mir nichts Du Kopf Alter Detention Jesus Christ Ich wusste es Halt die Klappe Äh Äh Onkel Printable Geh ihm Zu Detention Also Der Junge Sag mir Du gehst auch Detention Ich werfe dich Nein Dann gehen wir Zu Detention Also gut Wir gehen Zu Ich meine Ähm Ich möge etwas Etwas Ein Ball Ich möge es Einen Ball Was zum Halt die Klappe Du bist ein Arsch Halt die Klappe Und alles Halt die Klappe Ich spüre etwas Ein Ball Ein Ball Wo ist der Ball Halt die Klappe Aalt die Klappe Eine Stunde Später Ich bin Ova oh gut lass mich mal sehen cool es ist richtig was ist mit meinen akimidas einfach du bist eine scheissliche junge du hast fehler gemacht also leute und es ist zeit nach hause zu gehen also wir gehen nach hause ich nehme dich mit ich bring dich nach hause du bist meine ja egal gehen wir einfach was ist bei mir du bist nicht meine familie was für ein fantastischer tag oh hallo bugi wie war es die schule das war fantastisch wieso weil unser also unser onkel ist hier meine onkel nein meine onkel der hund ja das ist meine blüte war hier ja cool ja und ich habe eben nach hause gebracht wow schön ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen schon seit ein jahre her du meinst ein jahr her du dummkopf was hast du gesagt du bist der schlechtest meine schlechte bruder auf der welt just kidding du bist nicht dumm das schisst mich an falsch falsch was falsch ja was falsch nein 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 Vielen Dank.